Hätte ich nicht anders erwartet, dass das schlecht wird. Okay, weiter hoch. Hatte ich eigentlich schon was anderes? Oh, hier oben waren wir noch gar nicht. Fangen wir mit 8.1 an. Machen wir der Reihe nach. Den Ort habe ich noch ganz schön dead gehabt. Oh, in der Nacht. Despenstig. Natürlich, schreibe ich wieder von der Fall los. Der Anfang war so schön, den wollte ich einfach zweimal zeigen. Komm, schieß. Nicht so lange warten. Ach ja, mit dem kann ich jetzt nicht boosten. Das vergesse ich jedes Mal, wenn ich zu 8.1 rüber wechsle. Okay. Na, da will ich hoch. Ringe sind wichtig. Deswegen verliere ich sie auch professionell immer direkt mal. So. Boosten! Und einmal rüber bitte. Einfach mal durch die Wand durch. Oh, gefallen würden. Okay. Boosten. Okay. Der Boost war wahrscheinlich. Okay. Wo bin ich jetzt? Achso, weil so ein Ding wieder. Von den Dingern sind hier viele. Den mag ich schon. Wohelang jetzt? Zu dem. Hallo. Und wieder weiter. Habe ich nicht viel zu tun. Ich bringe einfach mal von einer Kugel auf die nächste. Und von der dann ziehe ich mich einfach mal in meine Ringe. Egal. Haut euch. Ich habe wieder einen Ring. Okay. So, meine. Und die nächste Kugel. Ja. Da habe ich gerade noch Ringe. Aber war es schon zu spät. Scheiße, was den Gegner. Ich habe zu Hause. Ähm, Ringe. Passt schon. Oh, ich kann nur in diesem einen Bereich. Ah. Mist. Okay. Geh da doch noch erwischt. Einfach mal geduldig warten. Ach, Ziel. Das ging einfach eigentlich. Arang. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich da unten immer diese Meldung bekomme. Das ist einfach nur nur zur Halbzeit der Zwischenstand. 20 von 45. Zeig mir nach jedem Level den Zwischenstand an. Das muss man auch erstmal wissen. Und wo wir gerade hier sind. Ab 2 auch direkt. Ballonfieber. Dann. Boah, ich werde alles tun. Ich muss das wieder vorher lesen. Sonst. Ich habe nichts lese. Auch der Laden ist für ihn ewig. Wenn ich es nicht lese, natürlich nicht. Aber das kann so bleiben. Das ist cool gewesen. Oh. Frau Warnrecht. Einfach ignorieren die Schweiz. Wenn ich nichts zu tun, nehme ich auch nichts. Und wieder weiter. Nein. Mist. Den Ballon habe ich nicht. Aber jetzt habe ich noch 5 Ringe. Einmal mehr runter. Und weiter. Nein. Ach so, okay. Und jetzt auch weiter. Ich habe schon schreckend bekommen. Okay. Leite. Natürlich. Ballon. Okay. Wow. Aber die Lidee ist cool. Gefällt mir. Gibt es das? Nein. Warten. Hoch und rüber. Geht doch. Oh. Habe ich gerade das Ziel gesehen? Ich habe doch gerade das Ziel gesehen. Ach. Da ist ein Knopf. Ich dachte doch, ob sie drauf springen. Seit wann darf ich nicht mehr auf die drauf springen. Ich darf nicht auf die drauf springen. Auf die Ecke. Shooter. Ja. Wie viele Leben hatte ich mir eigentlich nochmal gekauft? Okay. Das war schon besser. Um einiges. Und da. Genau. Wunderbar. So muss das laufen. Ach ja. Hier muss. Ich bin ja im 3D. Beim 3D-Optik. Da muss ich ja immer den Boost machen, um die zu zerstören. Das drauf springen geht ja nur beim 2D-Opik. Das habe ich verstanden. Okay. Also die Ballonsache finde ich geil. Echt gute Idee. Warum kann ich eigentlich auf den nicht drauf boosten? Ja, die trollt. Immer wieder. Na komm. Gut. Entschuldigung, wenn ich gerade so leise bin. Ich muss mich gerade konzentrieren ein bisschen. Ja, wieder ganz runter. Komm schon. Ist gar nicht mal so einfach. Okay, der will nicht geboostet werden, der Typ. Jetzt geht der wieder darüber. Gnarf. Gnarf. Und ich glaube, worüber ich jetzt noch reden könnte. Na, endlich. Mittlerweile müsste ich das, wenn das hier rauskommt, müsste ich dieses Infovideo schon reingesetzt haben. Ich habe vor, demnächst ja Demos zu let's playen. Einfach nur kurze Demos, um die Spiele anzutesten. Nichts wirklich großartiges. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Ob das ankommt, ob mir das gefällt. Ach ja, so kann ich ja nur wechseln, wenn es nicht so ist. Das stimmt. Bin ich echt mal gespannt. Doppelgänger rennt. Tritt gegen Sonics Doppelgänger ein und unterreiche das Ziel vor ihm. Machen wir auch. Ich habe mir da schon ein paar Demos runtergeladen. Ihr könnt mir natürlich gerne, muss ich auch im Mittwoch wieder, glaube ich, sagen, mal gucken, gerne Vorschläge für Demos machen. Bitte dann per PN und mit einem Link, wo ich die Demo herbekomme. Bei Chip.de habe ich die hergekriegt. Also alles, was da so relativ interessant war, habe ich mich schon direkt runtergeladen. Das sind so ein paar Dinger, die ich da habe. Und bitte, wenn ihr da Vorschläge macht, nicht so was wie Müllabfußimulator oder sowas. Bitte schlagt dann Sachen vor, die auch was sein könnten, wirklich. Nicht irgend so was Trashiges. Wenn, dann möchte ich auch was Vernünftiges testen. Wo es sich auch lohnt, die zu testen Sachen. Weil ich kenne so selbst generell... Ich kenne viele Spiele, dadurch, dass ich viele Let's Plays auch selber gucke. Aber selber spielen, tue ich eigentlich kaum etwas. Deswegen finde ich das jetzt mit dem Let's Plane bei mir auch ganz praktisch. So komme ich übrigens dazu auch mal... Mist. Die Spiele selber durchzuspielen. Also spiele ich die irgendwann, habe ich keine Lust mehr. Und dann höre ich auch für die Spiele. Das ist natürlich auch nicht ganz Sinn der Sache. Und beim Let's Plane muss ich mich dann halt zusammenreißen, die Sachen wirklich zu Ende spielen. Da hat mich natürlich auch dann mal richtig freut. Ach ja, ich bin der Doppelgänger und sollte mich ein bisschen beeilen. Ich schlendere hier so ganz gemütlich durch. Wenn ich mir einfach auch Level machen, passt schon. Ne. Aber also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt zu Demos, irgendwas, was euch interessieren würde. Natürlich wirklich nichts Threshiges bitte, wo ihr wisst, dass das scheiße sein wird. Macht mir gerne Vorschläge bitte per PN mit Link, wo ich die Demo runterladen kann. Würde mich echt freuen, wenn da was zustande kommt. Wenn wir da vielleicht so ein dauerhaftes Programm rausmachen könnten. Und ich denke mal, ich werde jetzt gleich noch Keeps, danach noch Keepsake aufnehmen. Ich habe nämlich keine einzige Folge mehr. Heute lade ich den letzten freien Part, den ich noch hab hoch. Ein bisschen was möht, weil wegen dem Mikro halt. Und muss schon ein bisschen Dauermarathon heute beim Aufnehmen machen. Und vielleicht nehme ich danach schon die erste Demo auf. Mal gucken, je nachdem, wie ich Lust habe. Mist. Rauch. Okay. Nein. Das ist ja klar. Überall Plattformen und springen genau mittendrin durch. Booste. Die ersten 1-2 Sekunden hat man keinen Boost. Wusste ich auch noch nicht. Geh drauf. Müsste eine Treppe kommen, oder? Ja. Super. Boosten. Wow. Ich finde das geil, wenn die Kamera irgendwann schneller wird als Sonic. Und man würde sich gar nicht mehr von ihm sehen. Mist. Ich bin da eigentlich drauf. Okay. Einmal nach oben, bitte. Na komm, hoch. Nein, so. Ein langes Level. Ein sehr langes Level. Mal oben jetzt an der Leiste. Guck, wie wenig ich es geschafft habe. Okay. Einmal da drauf. Boost. Gut. Vorsichtig. Schwingen. Nein. Diesmal nicht. Mal springe ich nicht nochmal im Kopf. Weigere ich mich. Ach. Ach ja, ich kann ja mit den... Äh, ja, falsche Tasten. Scheiße. Den Schultertasten so wechseln. Das habe ich auch schon ganz vergessen. Hätte mir vielleicht eben auch geholfen. Aber da wurde mir das leider nicht angezeigt. Oder geht das bei dem anderen Sonic nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Knöpfchen. Ach, Knöpfchen. Nö, hier nicht. Oh, da kommt ein Doppelgänger schon. Dankeschön. Mist. Hoch. Ich gehe schnell weiter. Oh, hier finden wir alles zusammen. Ich will also ein bisschen brüchig. Komm, komm, komm. Natürlich nehmen wir noch jeden einzelnen Mitglied. So muss jetzt sein. Hoch. Okay. Okay. Einmal wieder komplett rum. Oh. Nein, nicht die Stelle. Ja. Komm ich da rauf. Jetzt überholt er mich natürlich noch kurz vorm Ziel. Passt ob. Der kriegt mich noch. Jetzt geht er hoch. Ist das denn wahr? Ach nee, der ist auch noch hier. Okay. Ich habe noch eine Chance. Obwohl knapp werden wird. Okay. Rauf hier und boosten. Das ist ja nicht mehr. Ich kriege vollen Moos raushauen. Okay. Oh, schnell. Komm. Okay. Hab ich alles geschafft? Ich finde, das ist jetzt geschafft. Weil das andere Sonnegestand jetzt auch gerade im Ziel. Ich hoffe es. Habe ich hier beide Dinge gemacht gerade? Auch zwei habe ich gemacht. Ah, eins habe ich noch nicht. Okay. Also es ist diesmal goldene Zeit. Sammle alle goldenen Ringe. Wieder vergessen. Voll drin. Die Y-Sammeltaste. Okay. Achso, cool. Du kannst mich mal in brenzlichen Situationen, wenn ich keine Ringe mehr abretten. Und wie oft kann ich einsetzen? Ah, ich würde sagen vier oder fünf Mal, wenn ich nicht vergucke. Ja, komm. Ja, weiter. Nein. Danke. Goldene Zeit. Prija insgesamt fünf Mal. Ja, müsste eigentlich reichen. Wahrscheinlich kein allzu langes Level. Oh, ich muss 80 Ringe sammeln. Sagt das doch mal einer. Oh, ich habe nicht gesehen. Ich denke nur an meine Gesundheit. Ich Ringe sammeln zu müssen, die ganze Zeit ist immer was Neues. So, goldene Zeit wieder. Meine Ringe. Ich muss alle Ringe sammeln. Jetzt bin ich ringgeil. Nicht mehr Münzgeld, sondern ringgeil. Ja, goldene Zeit gleich schon wieder vorbei. Dankeschön. Okay. Da komme ich dann schon nicht hoch. Och, die werden... Die werden mir wieder abgezogen, wenn ich sterbe. Das ist auch oben rechts. Ich muss wirklich zum Ende 80 Ringe sammeln. Die habt ihr doch echt nicht mehr alle. Och, da. Wie soll ich das denn schaffen? 80 Ringe. Ich hatte gerade das Gefühl, dieses Level werden wir auch ein bisschen was öfter sehen. Okay. Jetzt habe ich genug Zeit. So, meine Ringe. Jetzt zeige ich mir an, wann es empfehlenswert ist, das einzusetzen. Oh, ich habe keine goldene Zeit mehr. Scheiße. Gut, das werde ich wahrscheinlich... Nee. Komm. Neustart. Das hat keinen Sinn mehr. Ja, Neustart. Muss ich 80 goldene Ringe sammeln. Enden wenigstens auch abrupt. Das muss dann auch noch bis zum Ziel heil ankommen, oder was? Wahrscheinlich. Meine Ringe. Alles meins. Jetzt hängt er dann ganz und wenig runter. Natürlich. Und jetzt? Ah, hier rechts komme ich auch nochmal hoch. Ist jetzt nicht wahr, dass ich da nicht drankomme. Das sind so viele. Mist. Aber euch habe ich. Ja, oder nicht? Oh, Mist. Die hätte ich gerne noch gehabt. Da waren schön viele. Hier sind jetzt schon 71. Cool. Darf ich noch nicht kaputt gehen? Dann sind die alle wieder weg. Einfach durch. Einfach... Okay, ich muss hier nach rechts. Ich muss hier heil durchkommen. Okay. Die habe ich auch ewig. Ist gut. Okay. Wo lang? Ach ja, nach rechts. Oder nicht. Ich lasse mich nicht mehr treffen. Habe ich mich jetzt so entschieden. Ich lasse mich nicht mehr treffen. Ich bin mal gespannt, wie in wie vielen Sekunden ich das revidieren muss. Warum ist die da nach rechts? Wenn das Knopf... Minz-Container brauche ich nicht mehr. Ihr doch nicht. Ich habe mich dann verarschen hier. Der will immer wieder nach rechts. Was soll das? Hallo? So. Nach dort. Oh Gott. Also. Oh oh. Okay. Ist nochmal gut hier, Young. Zum Glück kann man die auch von unten besiegen. Ist ganz praktisch. Ach so. Ich wollte schon sagen, was soll das denn jetzt? Ist nicht euer Hans? Ich richte ein Ausraster. Du weg. Du weg. Nein. Nein. Ist nicht euer Hans. Weg vom Ziel. Nochmal. Nee. Ich richte rein. Wir bättre. Kannst du weg. Ich richte ein Whiskey. Shouldnet es mir. Gimme Val. Was bist du tiebe verbet ist mir. Nichts. Bereit.